Willst du einen Apfel? Nein, ich faste. Was heißt das? Ich darf nichts essen bis heute Abend. Boah, krass. Und trinken? Auch nicht. Wir müssen in die Klasse. Ich habe euch allen Süßigkeiten mitgebracht. Aber Fatma fastet. Das ist schon okay, Mia. Nein, das ist nicht in Ordnung. Oh, das habe ich total vergessen. Sollen wir auf die Süßigkeiten verzichten? Ja. 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 Muss das sein? Ja, muss es. Ich liebe diese Klasse. Und wir lieben dich.